Ich bin relativ sicher, dass das auf normalem Boden nicht passiert. Da gehört schon eine Menge Mut dazu, sich in diesen Ball hier einzuwerfen. Er ist drin! Ja, wer macht denn noch Fallrückzieher? Aber er macht ihn. Und er macht ihn perfekt. Klaus Fischer ist wieder da. Klaus Fischer, der hat die Dinger so gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020